Hallo ihr Lise Ratten und fröhliche Weihnachten. Heute ist der 23.12. Wenn ich's hochleide, ist es der 25. Deswegen sind die Geschenke, die ihr hier seht, auch schon ausgepackt. Ihr werdet sie also schon mal gesehen haben. Ich weiß immer nicht, was drin ist und ich würde am liebsten sofort einen aufrufen. Ich kann ja jetzt noch einen Tag warten. Das sind sie ja schon so lange hier. Okay, ich möchte jetzt diesen Weihnachtstag mitmachen. Der Tag wurde ich von Buchling Janine und somit auch von Loveysky27, die ja bei ihr in dem Tag zu Besuch war. Ja, ich fang dann einfach mal an. Was verbindest du mit Weihnachten? Also, neben dem ganzen Stress, den man dann immer hat, nicht nur wegen Geschenke kaufen. Das ist eher das geringste. Aber arbeitsmäßig habe ich da immer sehr, sehr viel zu tun. Und das ist ja immer sehr stressig. Und ja... Weihnachten. Schöne Lichter an den Fenstern. Also, ich liebe ja bunte Fenster. Ich habe sie als Kind, wenn wir durch die Gegend gefahren sind, durch die Stadt. Dann habe ich immer die Fenster gezählt. Sobald das erste Fensterchen irgendwo mal erschienen ist, dann habe ich jedes Mal Fenster gezählt. Es wurden hier immer mehr und mehr. Und das war so meine Beschäftigung unterwegs. Also, bunt geschmückte Wohnungen. Ähm... Schnee! Ich vermisse den Schnee! Ja... Einfach diese ganze Stimmung. Das ist irgendwie so... Weihnachtsmärkte. Obwohl dieses Jahr ja der reinste Reinfall gewesen mit dem Weihnachtsmarkt. Wir waren ja nur auf einem, der kein Weihnachtsmarkt war, sondern ein Mittelaltermarkt. Ich habe nichts gegen Mittelalter-Märkte, aber ich will nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Gut. Gehst du Weihnachten in die Kirche? Nein. War ich nie? Bin ich nie? Äh... War ich nie? Bin ich nie? Äh? Bin ich nie gegangen zu Weihnachten? Werde ich auch nicht gehen zu Weihnachten? Ja, ich gehe sonst nicht in die Kirche. Warum soll ich Weihnachten in die Kirche gehen? Nee. Süden, Karibik oder Norden, Skandinavier, Alpen? Sind die Alpen nicht im Süden? Egal! Gut. Also nicht im Süden, ne? Aber südlich von hier. Zuhause? Weihnachten zuhause finde ich immer noch am schönsten. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall in Norden, weil Schnee. Hallo? Unbedingt Schnee. Weiß ich nicht. Weihnachten mit Palmen oder so. Damit könnt ihr euch nichts anfangen. Ich will sowieso nicht ans Meer oder so. Ich wangere nie an Meer außer der Nord- und Ostsee. Muss ich nicht haben. Nee. Mir sind da verschneite Berge oder so. Wesentlich lieber. Hier sind zwar keine Berge, aber Schnee. Eventuell. So, Lieblingsweihnachtslied. Ich weiß, die meisten hassen es und ich liebe es. Last Christmas. Könnte ich stundenlang hören. Ich hatte früher mal, als das erste Mal das gehört hatte. Das müsste so 95 gewesen sein. Ja. 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 Da hab ich dann von meiner Freundin eine Kassette überspielt bekommen. Wo auf einer Seite nur Last Christmas drauf war. Schön. Ja. Aber so von... Ansonsten lag ich auch Frosty. Das... Moment. 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 Und Rudolf. Und so die klassischen Sachen wie... Fröhliche Weihnacht überall. Solche Sachen. Die könnte ich auch... Aber die müssen gut gesungen sein. Also wenn die zum Beispiel von so einem Chor gesungen werden. So... 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 Nee. Ich mein... Gospel geht ja schon wieder. Aber so... So... Anderer... Chor... Krim... So... Nie. Ähm... Und... Was früher mein absolutes Lieblingsweihnachtslied gewesen ist. Ist... Was ich auch immer noch ziemlich gut finde. Ist Winterkinder. Vorauskopf sich in seine Freunde. Ich bin ein Winterkind und ich könnte auch stundenlang am Fenster stehen und warten, dass der Schnee fällt. Ja. Ja. So. Ne? Lieblingsweihnachtsfilm. Weihnachts... Die Weihnachtsgeschichte in allen Variationen. Zumindest die, die ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Wahrscheinlich. Und... und... Die sind ja auch endlich bei mir zuhause eingetroffen. Die meint das. Och. Ich mag aber am liebsten die Ratte. Rizzo. Rizzo. Hieß der Rizzo. Ich hab immer irgendwie das Problem mit diesem Namen von der Ratte. Diese eine Szene da drin ist so köstlich. Ich... Aaaaah. Ich hab die ja auch... Ich wollte die ja nicht herholen. Ich hab das auch als Hörspiel. Ohne die ganzen Lieder da drin. Und ich hab das einmal gehört. Und ich hab das einmal gehört. War gut zum erst. Ich hab das so... Wir haben sie ja nicht als Film. Auf DVD muss ich wenigstens hören. Und ich musste so lachen. Bei der Ratte. Als sie dann von Gonzo. 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 Angezündet wurde am Schwanz. Und er sagte. Du sollst die Lampe anzünden. Nicht die Ratte. Pust mich aus. Pust mich aus. Aber im Film ist die Szene noch viel besser. Weil sie noch weiter geht. Was man immer öfter im Hörspiel ja nicht merkt. Hahaha. Klasse. Ja. Und mit diesem Mappetweilersfilm. Es fällt hier alles um. Waaah. Haben dann auch noch. Elfen helfen an. Kennt ihr helfen hel... Elfen helfen? Voll der Zungenbrecher. Haben wir uns ab kurzem angeguckt. Da haben die ganze Zeit gelacht. Und waren dann enttäuscht. Dass das dann nur 22 Minuten lang ist. Wer macht bitte einen Film mit 22 Minuten? Aber alles gut. Das ist echt witzig. Ja. Wieder alles aufbauen hier. Ehhh. Karte. Umhoffalten. So. Lieblingsweihnachtsbuch. Man muss sich jetzt ein bisschen überlegen. Weil ich jetzt mehrere Weihnachtsbücher zwar gelesen habe. Aber keines muss ich sagen. Wow. Das ist doch mein Lieblingsweihnachtsbuch. Aber ich hab von früher noch eins. Das ist das hier. Das klingende Weihnachtsbuch. Das war früher mal absolut lieblingsweihnachtsbuch. Ähm. Weil wenn man das aufgemacht hat. Jetzt nicht mehr. Dann war hier so ein Dings drin. Das hat dann gedüdelt. Ich weiß auch gar nicht, welches Lied das gespielt hat. Auf jeden Fall hat das ein Lied gespielt. Und ich fand das immer ganz toll. Und es ist auch ein bisschen gepolstert. Da hab ich noch ein größeres von gehört. Aber die habe ich auch ständig gelesen. Die beiden. Also. Aber das hier fand ich dann noch besser als das andere. Wahrscheinlich wegen dem Klingeln da drin. So. Sitz. Gut. Europäisches oder amerikanisches Weihnachten? Das ist jetzt die Frage, ob man das lieber mag oder was man macht. Also. Zuhause hier feiern wir europäisches Weihnachten. Also Bescherung am 24. und so. Ich finde aber auch amerikanische Weihnachten ziemlich gut. Vor allem finde ich es ja klasse, wie die Häuser schmücken. Oh. Ich weiß, viele finden es übertrieben. Aber ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Es ist wahrscheinlich eine enorme Tele- Telefonrechnung. Ja klar. Stromrechnung. Aber. Mein Gott. Ja. Finde ich klasse. Gut. Weihnachtsbaum. Ja oder nein? Ja. Ja. Er steht da draußen. Er kommt morgen hier rein. Steht denn da an der Ecke. Und wird geschmückt. Oh. Voll voll. Echt oder künstlich? Immer echt. Also ich habe so einen kleinen künstlichen... Moment. Oh. Einen kleinen künstlichen. Für den hier. So. Ja. Ja. Aber große Bäume müssen bei mir echt sein. Ja. Gut. Weihnachtsbaumschmuck. Bunt oder einfarbig. Ähm. Zweifarbig. Ist das schon bunt? Ich weiß nicht. Also wir machen immer zwei Farben. Das habe ich für meine Mutter so übernommen. Die macht auch immer zwei Farben. Oh. Immer verschieden. Immer im Wechsel. Immer was wir gerade so Lust haben. Genau. Ähm. Was gibt es bei dir an Weihnachten zu essen? Keine Ahnung. Meine Mutter will mir das immer nicht sagen. Aber ich lasse mich ja auch gerne überraschen. Also. Ich bin ja so froh. So, so froh. Dass wir keinen Kartoffelsalat mit Würstchen haben. Niemals nicht. Und. Das ist für mich kein Weihnachtsessen. Tut mir leid. Also. Das ist für mich was zum Sommer, wenn man keine Lust hat zu kochen. Weil so warm. Wenn es schnell gehen soll. Und man eigentlich sowieso keinen Hunger hat. Weil alle so warm. Ja. Dann ist. Kartoffelsalat mit Würstchen gut. Aber doch nicht an Weihnachten. Sorry. Ähm. Ne. Ich bin froh, dass meine Mutter das genauso sieht. Weil sie das früher immer essen musste. Mit meiner Oma. Und. Ne. Ne. Niemals. Da ist dann höchstens. Also ich weiß. Wir gehen ja zum Beispiel auch am 26. Jetzt noch in ein Restaurant. Und. Und zu Hause am 25. hier. Da will mein Freund auch irgendeinen Braten. Oder ein Geflügeltierchen machen. Wahrscheinlich eher ein Geflügeltierchen. Ja. Also sowas. Sowas ist lecker. Oder. Ähm. Ja. Meine Mutter hat immer so ganz außergewöhnliche Sachen gemacht bisher. Auch mal so kleine Mini-Häppchen oder sowas. War das letztes Jahr mit dem. Mit dem Raclette. Oder war das so ein anderer Tag. Ich glaub das war zu Silvester. Raclette war zu Silvester. Aber sowieso. Keine Ahnung. Ich glaub das langweiligste was wir zu Weihnachten hatten. War so ein Kartoffelauflauf. Wo ich schon echt enttäuscht war. Dass es ja nur sowas war. Am meisten war das immer irgendwas größeres. Und als wir früher mit. Mit mehr Verwandten noch zusammen gefeiert hätten. Da war es natürlich richtig. Richtig super. Ich bin gespannt was es dieses Jahr geben wird. Ich schreib euch das mal hier hin. Wenn ich das dann mal ne. Wenn ich's hochlade. Dann weiß ich ja was wir gegessen haben. So. Welches Ritual hast du oder hattest du an Weihnachten? Jetzt gibt's eigentlich kein Ritual mehr. Aber früher gab's sogar zwei Varianten. Einmal kam der Weihnachtsmann noch. Einmal kam er halt nicht mehr. Und als der Weihnachtsmann noch kam. Da war er halt immer so. Aufstehen. Baum schmücken. Dann haben wir. Die steht jetzt bei mir draußen auf dem Flur. Wir hatten immer so ne Krippe. Die hab ich ja richtig gesagt. Die stand immer unter dem Weihnachtsbaum. Weil der kam immer auf so nen extra Tisch. Der wurde extra noch aus dem Keller geschleppt. Und mit Geschenkpapier umwickelt. Und dann so ne Aussparung für die Krippe. Und innen drin auch noch mal Geschenkpapier. Und dann noch beleuchtet. Das war ganz super. Vielleicht blende ich euch mein Foto ein. Wenn ich eins finde. Wenn nicht dann. Sorry. Ähm. Ja. Und nach dem Weihnachtsmann schmücken. Dann hab ich immer noch. Weiß ich nicht. Da gibt's immer noch nen Flacker. Das ist dann so komisch. Ich bin mit Kerzen immer ein bisschen. Ne? Egal. Ähm. Ja. Hab ich immer noch Fernseher geguckt. An welchen Weihnachtsmannchen oder sowas. Die da immer liefen. Da musste ich ja mein Zimmer aufräumen. Weil es immer. Äh. Aussah. Und so. Da muss es ja nicht mehr. Äh. Aussehen. Ja. Da musste ich ja mein Zimmer aufräumen. Aber das ist halt direkt einmal erfen. Weiter vor zuvor. Wie ging's weiter. Dann kam. Meine. Verwandtschaft an. Zweimal Oma. Zweimal Opa. Zweimal Onkel. Sozusagen. Alles immer im Doppelpack. Ja. Ja. Und. Mein Onkel. Der eine kam aber immer nicht mit zuerst. Das war jetzt die eine Variante. Weil. Er war nämlich der Weihnachtsmann. Und. Äh. Es hieß dann immer. Ja. Der ist im Garten. Der kommt später. Und ich hab mir immer gedacht. Warum ist der denn immer im Garten? Weihnachten im Garten? Immer? Jedes Jahr? Ja. Und jedes Jahr verpasst er den Weihnachtsmann? Hm. Dann hab ich natürlich seine Schuhe mal geachtet. Und festgestellt. Mein Onkel hat die gleichen Schuhe. Pfff. Wird er wohl sein. Aber ich hab mir schon nichts gesagt. Weil ich wollte, dass er wiederkommt. Hm. Ja. Dann kam halt der Weihnachtsmann. Und ich musste immer aus dem Sack greifen. Und die Geschenke verteilen. Und später als er dann nicht mehr im Weihnachtsmann gespielt hatte. Mussten wir halt immer alle raus. Meine Mutter blieb dann mit dem Engelchen zurück. Die Geschenke in der Weihnachtsmann packen. Und halt dann die Lockdown geläutet. Und wir durften da rein. Und ich musste wieder die Geschenke verteilen. Also ich war eigentlich immer dann früher diejenige welche. Die Geschenke verteilt. Bis ich gesagt hab. Können wir nicht irgendwas anderes machen. Dass ich nicht immer die Geschenke verteilen muss. Danke. Ja. Das war eigentlich so. Achso. Vorher gab's dann noch vor der Bescherung. Dann gab's dann Kuchen. Und nach der Bescherung dann das Essen. Ja. So. Aber Bescherung ist immer endlich so. Frühestens 17 Uhr oder sowas gelesen. Und ist auch immer noch. Ja. Schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht. Ich find so viele Sachen schön. Vielleicht die komplette Gaffel. Ich bin halt etwas müde. Tut mir leid. Ähm. Die komplette Staffel G-Morgals. Oder so ne komplette. Äh was heißt komplett. So ne riesen Kiste voll mit Hohlbeinbüchern. Sonsten. Ich kann mich nicht an irgendwas erinnern. Und wenn dann weiß ich nicht mehr ob es schon Geburtstag oder zu Weihnachten ist es ja immer so dicht aneinander. Aber. Ja. Sorry. Hässlichstes Weihnachtsgeschenk. Oh Mann. Oh. Warum kann ich heute nicht reden? Hässlichstes Weihnachtsgeschenk. Naja. Hässlich würde ich es nicht bezeichnen. Aber die wollte ich eigentlich holen. Kleinen Moment. Ähh. Wo ist es jetzt? Wird sofort da? Kleinen Augenblick. Ah. 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 So. 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 Jetzt haben wir es. Ja. Ich hab das immer noch was ich am wenigsten mochte. Und zwar habe ich mal zu Weihnachten diese Kassette bekommen. Das ist Sahnestücke 92. Also kann man sich denken dass es von 1992 geschenkt wurde. Und das sind die 30 besten internationalen Stücke. Musik halt. Ne? Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber sowas überhaupt noch gar nicht gehört. Ich war halt so die Schlagertrulla. Nicole und so weiter. Das. Sie ist ja immer noch. Aber halt so alles was so in die Richtung geht das war so meins. Weil ich mit englischer Musik überhaupt nicht anfangen konnte. Weiß ich nicht wieso. Weil ich vielleicht die Texte nicht verstanden habe oder. Keine Ahnung. Freue mich nicht. Jedenfalls habe ich mich darüber so überhaupt gar nicht gefreut. Und ich habe auch noch eine andere bekommen. Ich weiß nicht ob ich es auch zu Weihnachten bekommen habe. Ronnys Pop Show. Da gibt es ja viele verschiedene. Ich weiß nicht welche. Okay. Das ist dann so eher die gewesen die ich dann gehört habe. Und die habe ich so gut wie nie gehört. Aber ich habe sie halt immer. Man merkt es. So. Dein Weihnachtswunsch in diesem Jahr. Ich mache immer einen großen großen Wunschzettel. Also ich will jetzt nicht anfangen so von wegen Frieden auf der Welt oder sowas. Ich weiß nicht sowas. Sollte selbstverständlich sein. Sowas sollte man sich nicht wünschen müssen. Deswegen finde ich so eine Wünsche eigentlich immer ein bisschen. Wenn klar wünscht man sich auch dass die Familie und so gesund ist und so weiter und so fort. Aber auch das sollte immer sein. Und nicht nur zu Weihnachten. Gut. Also. Ich habe wie gesagt immer eine ellenlange Wunschliste. Mache ich immer. Habe ich schon immer gemacht. Weil ich es blöd finde wenn man weiß was man kriegt. Das Problem ist ich weiß schon eine Sache die ich bekomme. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das habe ich mir nicht mehr gewünscht. Ja. Weil ich dann alles die Auswahl in größer macht. Das... Wisst ihr was ich meine? Versteht man mich? Ja. Weil wenn ich dann jetzt weiß ich nicht drei Sachen aufschreibe und ich bekomme alle drei Sachen. Dann ist es irgendwie langweilig. Gut. Ich hoffe man versteht mich. Ja. Gut. Ähm. Das war's. Und ich überlege gerade ob ich noch jemanden taggen soll. Weil Weihnachten ist ja jetzt vorbei. Und ich bin ja ziemlich spät dran. Und... Ich lasse es diesmal ausfallen. Sorry. Weil... Weil... Ich weiß nicht ob irgendjemand jetzt noch einen Weihnachttag machen würde. Ich glaube auch nicht was jetzt immer an den Feiertagen. Um das zu sich hinzusetzen im Video zu drehen. Da hat man glaube ich besseres zu tun. Deswegen lasse ich das Tag mit diesmal ausfallen. Wünsche euch allen noch schöne Feiertage. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Gestern gab es ja auch ein Video von mir. Das ich erst morgen drehe. Das klingt total bescheuert. Dann werde ich ja die wichtige Geschenke auspacken. Oh ich will jetzt schon. Seid ihr auch so neugierig wenn ihr Geschenke ganz zu liegen habt und nicht wissen was drin ist und ihr nicht aufmachen dürft. Ja. Okay. Schluss gelabert. Hä? Schluss gelabert. Ich verabschiede mich. Oh Gott. Ich habe lange noch keine Videos mehr gedreht. Zumindest keiner Text und so. Gut. Bis zum neuen Jahr dann. Durch? Ich glaube davor kommt nichts mehr. Weil nächste Woche kann ich nicht drehen. Da ist mein Freund die ganze Zeit so froh. Könnte schon. Mal schauen. Ich habe noch ne Rätsel die ich drehen muss. Die ich eigentlich heute drehen wollte. Aber die ich wahrscheinlich nicht machen werde. Weil ich keine Lust habe. Ähm. Ja. Aber es wird noch ne Rätsel von mir geben. Zu einem Zola. So. Und gleich vorweg gesagt. Ja. Es ist wieder eine Reihe. Ähm. Ja. Das folgt demnächst. Sonst muss ich mal schauen was noch so kommt. Es gibt noch diesen Mediensucht Tag wo mich Janine und Steffi getaggt haben. Also der Stern ist da. 2010. Da muss ich bei den Steffis immer sagen welche ne. Das gibt echt zu viele. Leute Leute. Könnt ihr euch nicht einen Namen geben lassen? Nein. Schatz beiseite. Ähm. Ja. Den werde ich nächstes Jahr drehen. Oder halt wie gesagt nächste Woche mal gucken was ich sehen. So. Dann wünsche ich euch wenn wir uns nicht mehr sehen nach einem guten Rutsch ins neue Jahr. Bis denn und Bye Bye.